Was geht Leute, mein Name loutet Danny B-B-B-B-B-Nitsch, willkommen zu einer neuen Folge von Road to Commander, vielen Dank fürs Einschalten, ähm, wir spielen weiter, denn wir wollen ja schließlich, beziehungsweise ich will ja wieder besser werden, ähm, beim letzten Part hatten wir drei, drei für alle Spiele gespielt, und da hatte ich insgesamt eine 3er KD ungefähr, sogar ein bisschen besser, 3,2er KD, würde ich sagen, oder sowas, ich glaube wir hatten sieben Tode, dann zehn Tode, und dann wieder sieben, oder keine Ahnung, irgendwie so, keine Ahnung, ähm, in diesem Part will ich eigentlich gar nicht so wirklich nur die Waffe benutzen, zum Beispiel wir haben jetzt ja auch Schaft für diese Waffe, für die Friedenstifter, und ich hab die Friedenstifter noch nie mit Schaft gespielt, deswegen werden wir auch Spaß im Abschluss bestätigt spielen, und nehmen ganz einfach mal die Loads damit, ah nein, ähm, hab ich jetzt nur zwei Killstreaks, oder hab ich jetzt immer noch die Counter-Drohne, das würde ich gerne mal wissen, weil wenn ich jetzt nur zwei Killstreaks habe, ist das ziemlich scheiße, weil sonst hab ich so eine Drohne und einen Orbital-Satellit, naja gut, heute werden wir auf jeden Fall, äh, mehr spielen ein bisschen, ähm, dieses Mal, mit der Friedenstifter, genau, und in Freie für alle, werden wir auf jeden Fall auch noch, ähm, mehr spielen, dann halt, ne, damit ich halt besser wäre, wieder, was ich aber auch sagen wollte, ich versuche mich auch zu verbessern für, oh nice gemacht, teammate, nice gemacht, natürlich versuche ich mich auch zu verbessern für, äh, Advanced Warfare, weil ich will ja nicht total reinscheißen, dann, wenn wir das spielen, na gut, oh mein Gott, oh, wer, wie ich mich in mein Herz, Alter, ohne Scheiß, ich hab mich so erschreckt, da hinten ist einer, ich hab mal so einen Dock-Tag erstmal auf, ich glaub, der Typ kommt hier hoch, glaub ich, oder? Da hinten ist er, ich seh ihn, ich hab ihn gesehen, aber da oben auch, oh Gott, zu viel, ja, bestes C4 ever, scheiße, Mann, hab einfach, ich kann einfach keine C4 werfen, nice, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er, da sind zu viele, da sind zu viele, da sind zu viele, viel zu viele, viel zu viele, Nice, ich hab, ich hab nur zwei Killstreaks dabei, oh nein, oh nein, oh nein, scheiße, Leute, richtig scheiße, gerade, scheiße, der Typ wird sich auch nicht mehr zeigen, denke ich, ah, nice, gemacht, teammate, Sehr schön gemacht. Da ist einer. Ich will nicht töten, den Bastard. Nein, teammates, hör auf meine Kills zu klauen. Da ist einer. Nice gemacht. Komm, Munition, mehr Scheiße. Da kommt hier lang, da kommt hier lang, da kommt hier lang. Nee, Munition, nice. Munition, Munition. Sohn. Oh, hier haben wir ein Dings da. Das ist von dem Sniper wahrscheinlich. Nee, er kommt, er spawnt hier nicht mehr, alles klar. War auch ein bisschen, war auch, ja, ist auch schlauer. Nice, wir haben gleich Orbitalsatellit, Leute. Nice, 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 da oben. Nein, was? Von wo? Von wo denn, bitteschön? Alter, hat er mich getötet, Alter, ich hätte geweint. Scheiße. Daumen. Ja, runter geht's. Es hat keinen Sinn mehr, hier zu bleiben. Hat keinen Sinn mehr. Da drin ist einer. Ich kann ihn riechen. Da ist einer. Meine Teammates sind echt gut. Wir sind auch wirklich im Gewinnen, das ist nice. Ohne nähert sich. Was? Meine Güte, ich bucke schon. Boah, das kann ja nicht wahr sein. Erbärmlich, wirklich erbärmlich. Lernen zu spielen. Oh nice. So, schnell weg hier, weil der Sniper, der, ich glaube, der hat mich im Visier gerade. Das ist nicht so schön. Gut, jetzt kommen ein paar Leute hier lang gelaufen. Oder auch nicht, das ist aber der perfekte Zeitpunkt, um sie zum Flankieren. Nein, ich habe kein C4 mehr, scheiße. Oh, guck mal. Nein, der hat mich gesehen. Ich habe auch nur zwei Killstreaks, na das nervt. Meine Güte. Wird gleich danach auf jeden Fall noch ein Spiel spielen. Im Abschuss verwehrt. Oh, nice gemacht, Team-Made, nice gemacht. Ich würde sagen, mein Team-Made hat mir gerade den Arsch gerettet. Nein. Die muss immer aus irgendeinem Behindertengesund sterben. Immer. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Oh Gott, jetzt sind natürlich alle weg, wo ich hier bin. Das läuft hier bei mir extrem. Ach Gottchen. Denn einen Teig würde ich aufheben, aber gut, wir sind sowieso am Gewinnen, also passt das schon. Ah, hat sie das. Hier hinten ist Schuh, finde ich hier auf diese Map, ist echt OP, Mann. Also wirklich richtig OP. Wenn man sie richtig einsetzt. Ach, der Typ ist doch gestört, Mann. Komm schon, was habe ich für einen Score? 19 zu 6. Ich glaube, ich bin hier auch reingejoint, ne, glaube ich. Ja, aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist echt scheiße, Mann. Ja, gut, das hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Da hinten. Oh, die Spawn hier. Gib mir einen Tag, gib mir einen Tag. Die Tag sollte ich doch lieber aufheben. Für meine Killstreaks. Da oben ist einer, oben auf dem Zug, aber... Um den werde ich mich sofort kümmern. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin so leise. Ja, sorry nochmal für das leise sein, aber... Ich... Es ist halt spät und ich nehme mir gerade ein bisschen auf. Um mich dazu verbessern, ihr wisst Bescheid. Der Typ macht einen auf... Ey, dieser Typ mit seiner Raketen werfen, das ist ein kleiner Bastard, Mann. Sorry, aber ist so. Ey, dieser Typ mit der Strohflinte, der ich jetzt wissen müssen. Ich jetzt wissen müssen. Guck mal, der eine heißt The Epic Agent. Der hier. Voll lustig, Mann. Ja, Mann. Richtig witzig. Kann ich gar nicht mehr von lachen. Ich krieg schaden von irgendwo. Ja, und sterbe dann durch... Ey, das ist so ein... Solche Bastarde, Mann. Naja, gut, wenigstens gewinnen wir. Immerhin etwas. Was mich ein bisschen glücklich macht. Das war ein Lutz, einer. Wenn ich in der Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Wenn ich in der Konterdrohne in der Luft. Ja, schön. Ich sehe nur Scheiße, Mann. Oh Gott, der Typ mit seinem Raketen werfen geht mir so auf die Eier. Nice, Mann. Haft, Grenate! So. Heftig, Alter. Was hier vor sich geht. Nein, 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 nein. Da um. Nice. Schade, ich habe ihn leider nicht mit C4 bekommen. Ja, gut, wir haben gewonnen. Nice. Ich mache auf jeden Fall noch ein Spiel, weil ich bin ja nur reingejoint. Und ich glaube, ich bin reingejoint. Ich weiß nicht. Ich glaube auf jeden Fall schon. Im Großen und Ganzen war es ein ganz gutes Spiel. Naja, was heißt gutes Spiel? Vom Score her nicht so wirklich. Aber vom Teamplayer her war es ziemlich gut. Und ich hatte leider noch zwei Killstreaks dabei. Ansonsten wäre ich eigentlich 27 zu 0 gegangen. Deswegen mit zwei Killstreaks ist es ein bisschen schlecht immer. Ich musste mich übrigens auf Offline stellen, weil im Letztem, vielleicht vor allem, da waren ziemlich viele Abonnenten dabei. Was eigentlich gar nicht schlimm ist. Aber halt, wenn jeder einen kennt, ist es halt nicht so lustig. Also wenn wirklich die ganze Lobby einen kennt. Wenn es eine oder zwei sind, ist ja egal. Aber sonst? Ja, voll nervig eigentlich sonst, ja. Naja, aber es geht eigentlich. Gut, dann wollen wir mal gucken. Warthog. Warthog haben wir noch nie benutzt, Alter. Was für eine Scheiße, aber auch. Wer benutzt so einen Scheiß, Mann? Loadstar. Hundestaffel würde ich lieber nehmen. Ne, 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 ne. Tarnhelie. Lohnt sich einfach viel mehr. Drohne Tarnhelie Obitase Trit. Eigentlich sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Wir haben es gerade 23.47 Uhr. Wenn es Freitag wäre. Dann wäre es ja nicht schlimm. Aber es ist Donnerstag. Wir haben mal Raid. Ich glaube, ich werde auch die Map-Ex installieren. Nur wegen Raid. Bin ich ganz ehrlich. Und ich denke ganz ehrlich, dass ich auch, ähm, ja, ich hätte vielleicht schneller Zielen, ne, ich meine, äh, schneller Nachladen nehmen sollen. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, welche Waffe soll ich spielen jetzt. Ich weiß nicht, Mann. Puh, gut, wir spielen mit der, ähm, ja, nehmen wir die AK. Wieso nicht? Gut. Mit Schallnämpfer und Schaft. Schaft ist quasi eine Pflicht. Ich liebe diesen Aufsatz. Ich hoffe, sowas gibt es auch in Ghost, ich meine in Advanced Warfare. Ja, obwohl, eigentlich, wenn ich so dümer nachdenke. Wow, nice, Mann. Nein! Guck mal, das meine ich. Wisst ihr, ich töte zwei Leute und es muss immer von irgendwo einer kommen. Immer. Immer. Ich weiß, das ist bei Anseln nicht so. Oder von hinten, das zum Beispiel. Was ist das für ein kleiner Bastard, Alter? Vor dem Motherfucker an, Alter. Was kann der schon eigentlich? Außer so dumm drum sitzen. So. Nein! Oh mein Gott. Wie gestört. Also auf Rage stelle ich mich eigentlich mal besser vor, aber ganz ehrlich, hier sind nur Treyharden. Nur Leute, die es wirklich richtig versuchen, aber einfach nicht hinbekommen. No, es wird, ach. Ich habe mal Pech, wenn sowas passiert, immer. Scheiße, wechsel zu meinem Host. Ah, na gut. Wie viele Leute? Und nicht so viele. Ja, natürlich sind die jetzt wieder irgendwo ganz anders. Wo sind die ganzen Gegner hin? Ach, jetzt haben wir wieder fünf Gegner. Wow. So, dann wollen wir mal ein bisschen mehr Kills machen. Ist wirklich sehr entspannt, dieses Spiel zu spielen, weil egal zu welcher Uhrzeit, man hat einfach vernünftige Gegner, sag ich mal so. Naja, gut, vernünftige sind halt Loser, ne, aber ist ja egal. Man hat im Allgemeinen halt immer Gegner. Das meine ich damit. Von da, von da, von da. Entweder von da oder von hinten. Was? Komm schon. Wieso kommen die nicht hoch? Sind die gestört oder was? Kommt doch hoch. Alter, die wollen nicht hochkommen. Ganz ehrlich, ich werde einfach hier rumgehen, weil... Oh Gott! Ach, dieser Huren... Ach, Mann. Er geht mir auf die Nerven. Verpiss dich, Alter. Ach, dieser Bastard. Das macht keinen Spaß. Wirklich nicht. Wir haben die Kontrolle verloren. Wieso fühle ich mich nur so unsicher, wenn ich das Spiel spiele? Ich fühle mich einfach nicht mehr so... Ich sag mal so, ich fühle mich manchmal auf dem Niveau der Gegner. Das ist das Problem. Obwohl die eigentlich tausendmal schlechter sind als ich, diese Bastarde. Sorry. Aber ich bin dann wütend. Achtung, feindlicher Blitzschlag. Feindlicher Tarnhelikopter unterwegs. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Verbündeter Todbringer ist der. Komm schon, lauf weg. Alter Schwede. Mein Herz klopft. Verbündete Drohne nähert sich. Mein Herz klopft so schnell. Ich glaube, ich gehe hier raus. Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Ja, super nice, Mann. Was ist denn so toll, Alter? So. Nein. Die spawnert alle gerade. Ja, ich glaube, die wollen mich. Oh, mein Gott. Feindliche Drohne nähert sich. Ich habe dort kaum Munition mehr. Na, ja, nice. Also, das war eindeutig. Ja, wir haben gleich das Orbital, Leute. Wir haben gleich das Orbital. Ich muss mich kurz zitieren. Komm schon. Nee, doch nicht Orbital. Hier. Tarnhelik. Gib ihn mir, bitte. Da hinten ist ein Sniper. Tut ihn, tut ihn. Nice. Nicht verfügbar. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Egal, das Spiel geht noch eine Weile. Entweder der geht da hoch oder ja. Nein, scheiße, kein Dingster mehr. Nein. Jetzt habe ich Tarnhelik wenigstens. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Oh mein Gott. Ich bin dann aufgeregt, Leute. Kurz vor Orbi. Ich habe Orbi. Orbi knapp. Nice mal. Das war richtig knapp, Leute. Muss man ja auch sagen. War richtig knapp. Oh mein Gott. Aber ich bin immer noch nicht Erster. Ich glaube, ich hebe zu wenig Doctex auf. Oh. Oh mein Gott. Was geht hier vor sich? Es ist so schön, Orbi da oben zu haben. Schaut euch mal, wie schön das ist, Alter. Nice. Tarnhelik. Noch ein. Na gut. Das war ein bisschen zu feulich. Noch ein Tarnhelik. Oh mein Gott. Leider kein zweites Orbi. Schade, Marmelade, Alter. Nice. Tarnhelik macht Arbeit. Hier spawnen die nicht mehr, sondern auf der anderen Seite wahrscheinlich ja. Drohne erwartet sich. Oh, halt ihr, Alter. Oh Mann. Wie eine Person mir einfach alles kaputt macht. Eigentlich will ich gar nicht, dass ich beendet. Ich hab mal wieder Spaß, Alter. Drohne noch aktivieren. Das geht nach bis 100, ne? Genau. Von hier wahrscheinlich. Oder von hier. Ne, ne, ne. Nein. Oh, nie. Nein, der wusste, dass ich da bin. Was für ein... Oh, Tarnhelikopter-Team-Mate. Oh, 44-11. Ist schon mal ein guter Einstieg, muss ich sagen. Mit halt relativ niedrigen Killstreaks ist schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen. Puh, alter Schwede. Ich muss ganz ehrlich sagen, langsam... Also ich fühl mich immer noch nicht so ganz sicher. Ich hab das Gefühl immer, ich werde sterben. Und das sollte ich eigentlich nicht haben. Ich muss mich ja eigentlich immer sehr sicher fühlen, glaub ich. Keine Ahnung. Ähm. Aber na gut. Das war's auch für diese Folge. So, vielen Dank, für's zu Ende schauen. Äh, bei Black Ops 2. Ähm. Vielleicht werde ich doch die nächste Folge leise sein. Und ich denke, die übernächste Folge sollte ich dann wieder lauter sein. Weil es dann wieder Tag ist wahrscheinlich. Und ich mich bald schlafen legen werde. Obwohl eigentlich erst so in zwei Stunden. Weil ich normalerweise immer um zwei schlafen gehe. Aber na gut. So, vielen Dank, für's zu Ende schauen. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unseren Nationen beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.